Hallo und willkommen bei Hartverrat. Hier das Update des 1.100 Euro Gaming Computers Mai 2023. Als Prozessor der AMD Ryzen 7, 5700X mit 8x3,4 GHz, hat einen Turbo-Takt von 4,6 GHz, Dual Channel DDR4, 65W TDP und hat SMT, das dort hat insgesamt 16 Threads. Der Prozessor ist gerade was Preis-Leistung angeht einfach nur der Hammer und er sollte für Gamer die nächsten 3 bis 4 Jahre auch super ausreichen. Dazu als CPU-Kühler ein Arctic Freezer i35, es ist ein Standard-Tower-Kühler mit einem 120mm-Lüfter und da der Prozessor nicht viel Strom frisst, kann er den Prozessor gut und leise kühlen. Nun zum Member, das MSI B550 Gaming Plus. Es hat USB 3.1, S8H3, 4 DDR4-Ram-Bänke, Pisa Express 4.0, 2 M2 Slots, 7.1 Sound und am IO-Panel einmal PS2, 4x USB 2, 2x USB 3, eine LAN-Buchse, einmal USB 3.1 und einmal USB Typ C und 5 3,5mm Klinken sowie ein Tostlink für den Sound. Nun zum Arbeitsspeicher, 32GB Goodram IRDM Pro, DDR4-3600-CL18 ist recht flott. Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann in einem Dual-Channel-Modus betreiben und 32GB sind für die nächsten Jahre auf jeden Fall genug. Nun zur SSD, eine 1TB Innovation IT Performance Y. Es ist eine Pisa Express 4 SSD mit bis zu 5000MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit und 4800MB pro Sekunde im Schreiben und 1TB sind für die meisten unter euch gut ausreichen, wenn nicht, man hat ja noch Platz zum Aufrüsten. Jetzt geht zur Grafikkarte, eine 16GB PowerColor RX 6800 XT Red Dragon. Sie hat als Anschlüsse für den Monitor, dreimal Displayport und einmal HDMI und mit ihr sollte man die meisten derzeitigen Spiele auf WQHD auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Bei 4K sollten mindestens mittlere Einstellungen gut laufen. Jetzt zum Netzteil das 700W Co-Link Enclave. Es ist ein Single-Rail-DC-DC-Netzteil mit 80 plus Gold und Kabelmanagement und 700W sind für den PC mehr als genug, man hat doch etwas Platz zum Aufrüsten. Nun das Gehäuse, das Enderfy Signum 300 Core. Es ist ein Gehäuse mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis, einem Sichtfenster aus Glas, Mesh-Front und zwei Lüfter sind bereits vorinstalliert, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Und zu guter Letzt würde ich noch einen weiteren Lüfter nachinstallieren, den Arctic P12, damit man einfach drei Lüfter hat für besseren Airflow. Das war es auch schon mit der Grundkonfiguration, so kostet sie 1130 Euro und jetzt zeige ich euch noch ein paar Komponenten, die ihr nehmen könnt, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt. Für rund 40 Euro mehr bekommt ihr einen Ryzen 7 5800X. Diese kann höher takten und bringt dadurch gerade in Competitive Games mehr FPS. Allerdings wird er auch ziemlich warm, also wenn er unter einer hohen Last läuft, wird es auf jeden Fall nicht mehr leise. Was dagegen hilft, wäre eine solide Wasserkühlung, da bewegen wir uns dann aber schon in Richtung 1200 Euro PC. Arbeitsspeicher 32 GB mit CL16, kostet rund 12 Euro mehr, bringt allerdings auch nur ein kleines bisschen was. Wer es möchte, kann es gerne nehmen, ist kein Fehler. Eine 2 TB SSD kostet knapp 70 Euro, das ist die Corsair MP600, die ist auch relativ flott auf jeden Fall. Man kann natürlich auch die Innovation IT Performance Y zweimal nehmen, dann hat man auch 2 TB Speicher, allerdings kein M.2 Slot mehr frei. Das ist dann schlecht für diejenigen, die auch noch planen, mehr als 2 TB zu nehmen. Bei dem PC sind alle Preisvergleich-Links in der Videobeschreibung. Wer den PC sich nachkaufen möchte und selber zusammenbauen möchte, sowas aber noch nie gemacht hat, der kann gerne in die Videobeschreibung schauen, dort auf den Link klicken zu meiner Playlist, wie man einen PC zusammenbaut, anfängerfreundlich gestaltet. Wer allerdings lieber einen fertigen PC kaufen möchte, der kann bei mir mal einen Shop nachschauen, dort gibt es den Hardware-Rat 1100.8. Dieser hat eine RTX 3070 drin und kostet 1160 Euro, dafür kommt der PC zusammengebaut mit installierten und aktivierten Windows-Zeug nach Hause, was bedeutet auspacken, anschließen und loslegen. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Das war es dann aber auch mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, falls ihr aktivt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, lasst ein Abo da, dann bis zum nächsten Video.